Von meiner Seite aus, ja, herzlich willkommen. Als ich gefragt wurde, ob ich etwas über die Musikszene erzählen kann oder über das Musikbusiness und in Kombination mit Internet irgendwie was, Shell Economy, Web 2.0 und so, habe ich gedacht, finde ich eine coole Sache, würde ich gerne machen und habe mich dann gleichzeitig auch gefragt, wie viel soll ich eigentlich erzählen? Andererseits gefragt, worüber soll ich, über was soll ich erzählen? Weil es ist einfach ein super weites Feld, allgemein die Musikbranche natürlich und andererseits natürlich auch die Kulturbranche im ganz Großen und letztendlich natürlich auch der Bereich des Web 2.0. Ich selber bin Musiker, ich habe, ja, so wie das irgendwie jeder macht, mit 13, 14 irgendwann angefangen, Musik zu machen, habe Schlagzeug gelernt, habe dann Gesangsausbildung gemacht und habe dann irgendwann auch zeitgleich angefangen, Texte zu schreiben, habe aber auch gemerkt, irgendwie so, nachdem man dann irgendwann mit seiner ersten Schulband irgendwie so rumgetingelt ist und dann fertig war, dass es gar nicht so einfach ist mit dem kommerziell erfolgreich werden und mit dem erfolgreich werden und Geld verdienen und nur Musiker sein. Deswegen musste ich auch noch was anderes machen und habe dann gesagt, okay, jetzt studierst du auch was in dem Bereich, habe populäre Musik und Medien in Paderborn studiert. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt Liverpool, aber Paderborn ist, fragt mich jeder, wo hast du das studiert in Paderborn und dann schütteln alle den Kopf und sagen, warum ist das nicht in Berlin oder so. Es geht aber mehr darum, glaube ich, bei diesem Studierengang so die Kulturebene mitzunehmen und eigentlich viel breiter im Kulturmanagement verankert zu werden als rein im Musik-Business-Bereich. Gut, dann habe ich gesagt, alles klar, muss ich also auch das machen. Das heißt, ich komme also von zwei Ebenen, einerseits als Musiker selber, wie man so seine Anfänge macht, in Kindes- und Jugendbeinen und habe dann in dem Bereich auch noch gleichzeitig in der Musik-Business und sozusagen im administrativen Bereich drumherum gearbeitet oder arbeite ich immer noch. Gut, ich möchte mit einer Sache anfangen und zwar ganz kurz vorzustellen, was ich vorhabe. Es sind eigentlich nur drei Punkte, die gefüttert werden. Und zwar, ich möchte am Anfang was über die klassische Musikindustrie sagen. Das klassisch ist in Anführungsstrichen gesetzt, weil es die so in dem Sinne gar nicht gibt. Also ich meine damit eigentlich Institutionen und Akteure im Bereich des Musik-Business. Und dann sozusagen den Schwenk machen auf Künstler im Zeitalter des Web 2.0. Also was hat sich eventuell auch für die Industrie verändert durch die Möglichkeiten des Internets und wie verändern sich auch die Akteure in diesem Business? Unter anderem eben auch ganz wichtig der Künstler. Und als letztes vielleicht eine Aussicht oder im besten Fall natürlich auch eine Diskussion. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, worüber, denke ich, jeder so ein bisschen was oder eine Meinung zu haben kann. Mich würde mal interessieren, ist irgendwie jemand musikalisch aktiv, bei dir weiß ich es jetzt, sonst irgendwie im Musikbereich Business irgendwie verankert oder so? Zwei? Okay, aber alles Musik-User hier. Also jeder hört wahrscheinlich Musik, das heißt, jeder kann am Ende irgendwas sagen. Ich möchte mit einer Sache anfangen, wie gesagt, klassische Musikindustrie und dort ein paar Akteure und Institutionen vorstellen. Ich fange an mit dem Label. Jeder, ja ich weiß gar nicht, also Label, wenn man darüber redet, irgendwie benutzt jeder diesen Begriff. Aber was ist das eigentlich im Klartext? Das Label oder die Plattenfirma, was genau so ein umgangssprachlicher Begriff ist, ist nichts anderes als, ja, eine Firma, die irgendwie dazu befähigt ist, anscheinend Musik zu veröffentlichen in irgendeinem Rahmen. Dort unterteilen wir zwei verschiedene Formen. Einmal die sogenannte Major Company. Die wird so bezeichnet, weil es sind die vier, in Anführungsstrichen, großen Plattenfirmen, die es auf dem Weltmarkt und letztendlich natürlich auch in Deutschland gibt. Dazu zählt unter anderem auch rechts, und das ist der am Markt, ja, sozusagen am stärksten vertreten und mit den größten Umsätzen, die Universal Music Group. Das sind alles Firmenkonglomerate sozusagen bei den Major Plattenfirmen. Das heißt, die gehören zu größeren, ja, Firmen wie zum Beispiel Universal, zu Vivendi. Das ist ein sehr, sehr großer Medienkonzern. Die Majors machen 70 Prozent aus, also Universal, Sony Music Entertainment. Sony kennen wir alle aus dem Bereich der Unterhaltungsindustrie. Dann noch Warner aus Hamburg und E-Media mittlerweile auch. Das ist, die letztendlich ja eigentlich noch in Köln waren, aber ja jetzt auch mittlerweile aufgekauft beziehungsweise unter die Universal Music Group gefallen sind. Das heißt, eigentlich sind es nur noch drei, die so an dem Markt unabhängig jetzt agieren. Warum werden sie als Majors bezeichnet? Ja, erstens, weil sie die größten, eigentlich auch den größten Repertoirekatalog haben. Das heißt, sie haben die meisten Künstler und Werke und Rechte an Musiken irgendwie gebunden und haben auch einfach den größten Umsatz oder den größten Marktanteil. Was macht so eine Major Company? Im Groben kann man sagen, sie ist für den kompletten medialen Aufbau des Künstlers und dessen Veröffentlichung, also dessen Musikwerke zu veröffentlichen, zuständig. Dazu gehören verschiedene Punkte, die wir nachher noch kurz beleuchten oder auf die ich nachher noch zu sprechen komme. Gegensatz dazu hat sich so etwas entwickelt wie eine Independent Company, also die Indies sozusagen, wie hier Grand Hotel Van Cleef, obwohl man darüber auch noch sprechen könnte, inwieweit diese Firma eine Indie-Plattenfirma ist. Ich weiß nicht, ob T.S. Ullmann ein Begriff ist oder Ketka, Markus Wiebusch, Tomte und so, die ganze Ecke. Kann man später auch nochmal kurz drüber sprechen, inwieweit das überhaupt noch eine Indie-Firma in eigentlicher Begriffsform ist. Es geht darum, bei den Indies in der grundsätzlichen Sache selbstständig, unabhängig zu agieren, geht musikalisch und kulturell eigenständige Wege und die ursprüngliche Intention, sich vom Mainstream abzuheben und eventuell auch am Markt vorbeizuproduzieren. Inwieweit das bei jeder Firma, vor allem im Independent-Bereich, dann wirklich so ist, muss man einzeln untersuchen und betrachten. Grundsätzlich ist es einfach aus der Entwicklung heraus entstanden, dass man eine kulturelle Opposition bilden wollte, zu den Major-Plattenfirmen sozusagen zu sagen, ich investiere auch mal in einen Künstler, in ein musikalisches Gut, was eventuell auch mal einen Flop generiert, weil es nicht für die Mainstream-Masse gemacht ist. Ich halte aber an diesem Künstler und an diesem Katalog fest und ich unterstütze seine Musik. Das sind so die ursprünglichen Wege, im Prinzip gegen die Großen eine Opposition zu bilden und am Markt vorbei und mal auf das Kulturgut geachtet zu produzieren. Man merkt, wenn man sich das schon so ein bisschen anschaut und diese Schlagbegriffe raussucht, dass irgendwie eine Indie-Firma einem erstmal sympathischer vorkommt, in grundsätzlichen Dingen als die Majors. Das hat sicherlich auch was mit öffentlichen oder veröffentlichten Meinung zu tun. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Eine weitere Institution ist der Verlag. Grundsätzlich, um Noten zu vertreiben. Letztendlich ist es so, die Kernaufgaben des Musikverlags bestehen darin, die unter Vertrag genommenen Urheber, also Komponisten und Textdichter, zu vertreten und ihre Werke, wie es dort steht, bestmöglich auszuwerten. Dazu zählt, kommerzielle nutzbare Werke und Urheber müssen für den Verlag gewonnen werden. Das heißt, auch ein Verlag hat eine R&A-Abteilung. Das heißt, R&A steht für Artist and Repertoire. Also letztendlich das, alles, was der Künstler und drumherum um den Künstler passiert, durch sein Schaffen, die musikalischen Werke, die entstehen, im Prinzip wird sich darum gekümmert. Und auch ein Verlag ist also, muss in der Lage sein oder sollte in der Lage sein, eine Abteilung zu haben, die sich darum kümmert, Werke für den Verlag zu gewinnen. Und letztendlich die Urheber natürlich auch. Abwicklung sämtlicher Vertragsangelegenheiten, also Copyright-Abteilung. Dann ganz wichtig, die Administration der zu vertretenen Werke. Hier steht in Klammern Anmeldung bei der GEMA. Schöne Sache, weil wir kennen alle oder die Leute, die vielleicht musikalisch aktiv sind, die mit ihren Bands in Clubs spielen, Gastronomien spielen. Man kommt irgendwie nicht ganz so hinterher, habe ich jetzt eine Musikfolge ausgefüllt oder nicht? Oder wie ist es? Und ein Verlag ist auch einfach dazu da, genau diese administrative Tätigkeit zu übernehmen, nämlich diese Musikfolgen beim Veranstalter einzureichen, mit ihm in Kontakt zu treten und dass letztendlich auch die Lizenzen für das gespielte Live-Konzert auch eingeholt werden. Auf der anderen Seite haben wir noch einen ganz wichtigen weiteren Punkt, nämlich aus der Abteilung Song-Marketing. Es geht darum, die Werke, die da sind von einem Künstler oder die der Verlag vertritt, zu platzieren in TV, Kino, Werbung, Game-Industrie, wie auch immer. Also wenn wir zum Beispiel so Geschichten sehen wie, keine Ahnung, Musikplatzierungen in Soaps, was eine ganz angesagte Sache ist. Also in vielen Soaps kommt es vor, dass mittlerweile ja Künstler dort sich präsentieren, spielen. Das ist ganz, ganz wichtig auch halt, dass ein Verlag oder ein Verlag übernimmt diese Tätigkeit, versucht natürlich in Kooperation mit Management, Plattennabel und so weiter und so fort, diese Aktion vorzunehmen, dass sie dort vertreten sind, weil es natürlich ein weiterer Promotion-Kanal ist. So eine Soap wird geguckt von sehr vielen Leuten im besten Fall und somit kann man in diesem Bereich natürlich auch noch Absätze schaffen. Und letztendlich als letzten Punkt die Lizenzabrechnung, also auch wirklich detailliert die Einnahmen auszuweisen und letztendlich den Künstler auch darüber zu informieren und ihm das auszuhändigen. So grob die Aufgaben des Verlags als eine zweite Institution, die zum Label im Prinzip dazu spielt. Der dritte Punkt ist ein Akteur, der weniger jetzt direkt an eine Plattenfirma beziehungsweise direkt an eine Institution gebunden ist. Es handelt sich hierbei jetzt um das Management und das ist eigentlich so der schwammigste Begriff, den man eigentlich verwenden kann für einen Akteur dort, weil was macht er eigentlich? Im besten Fall betreut er den Künstler umfassend, nimmt ihm die organisatorische Arbeit bei Planung und Durchführung von Veranstaltungen ab und nimmt in jeder Weise seine Interessen wahr und stehen zu ihm in einer zumeist engen, vertrauensvollen Beziehung. Das ist ja erstmal so nichts besonders handfestes. Besonders bei Punkt 2 ist es häufig so, dass das Management dies, wenn es sich um einen professionellen Künstler handelt oder einen sehr ambitionierten Künstler handelt, macht die Veranstaltungsplanung schon lange nicht mehr der Manager selber, sondern das wird abgegeben an Konzertagenturen, an sogenannte Booking-Agenturen, die sich speziell darauf spezialisiert haben, diese Konzertplanung durchzuführen. Was ist jetzt letztendlich der Manager? Wie gesagt, im besten Fall irgendeiner, zu dem man ein großes Vertrauen hat. Im besten Fall jemand, dem man seine geschäftlichen Tätigkeiten gerne auch übergeben möchte, dem man sagt, alles klar, du kannst für mich sprechen und für mich unterschreiben und ich vertraue dir in deinen Angelegenheiten, in deiner Wahrnehmung, meiner Geschicke und meiner künstlerischen Auffassung sozusagen. Dieses Ding, der Manager, den kann ich jetzt jeden Tag anrufen und mir geht es irgendwie total schlecht. Ich habe falschen Kaffee getrunken und so. Ich glaube, das ist aus der Musikbranche größtenteils, bis auf bei bestimmten sehr, sehr angesehenen Experten, verschwunden. Also ich glaube, Manager, oder es ist so, es gibt genug große Künstleragenturen, wo viele Künstler unter Vertrag sind, Managementagenturen. Da ist überhaupt gar nicht die Möglichkeit, sozusagen diesen Manager 24.000 Mal anzurufen am Tag und ihn zu quälen mit den Sorgen beim Kaffee trinken oder so. Also Management ist ein sehr schwammiger Begriff eigentlich. Dann kommen wir zu einem ganz wichtigen Faktor, zum Bereich der Promoter oder die Promoterin. Promotion gleich verkaufsfördernde Maßnahmen. Wir haben hier verschiedene Ebenen, nämlich Radio, Print, TV und Online-Promotion. Das sind so auch die gängigen Bereiche, die eigentlich für einen Künstler interessant sind oder für die Plattenfirma interessant ist, wenn es darum geht, eine Musikveröffentlichung vorzunehmen. Bei Major-Plattenfirmen ist es häufig so, dass Promotion oder Press-Promotion allgemein schon mit in der Firmenstruktur irgendwie integriert ist. Das heißt, es gibt eine eigene Abteilung dafür, die sich darum kümmert. Aber immer mehr ist es auch so, dass halt externe Firmen sich bilden, gründen, die sich speziell darauf ausgerichtet haben, diese Promotion vorzunehmen. Die meisten, wenn man sich die anguckt, diese Promotion-Agenturen oder die Leute, die Gründer, die da herkommen, sind alles Gelernte bei Plattenfirmen oder kommen aus der Öffentlichkeitsarbeit. Also die haben ihre Erfahrungen in den großen Plattenfirmen oder auch in den Indie-Plattenfirmen gemacht, wenn das dementsprechend in der Abteilung vorhanden war und haben sich dann sozusagen durch ihr Netzwerk, was sie sich aufgebaut haben, selbstständig gemacht und fangen an, selbstständig zu arbeiten. Promotion ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, wenn es darum geht, natürlich bekannt zu werden und letztendlich auch seine Musik ins richtige Licht zu rücken vielleicht. Was sind die Aufgaben? Es werden Targets, also Zielvorgaben, ich benutze auch gerne einfach deutsche Begriffe, Zielvorgaben ausgesprochen. Die werden abgesprochen natürlich mit der Plattenfirma, mit dem zuständigen A&R-Manager, hatte ich gerade schon von gesprochen, Artists & Repertoire, letztendlich der, der da steht und eigentlich versucht, die Musik in Gänze ein bisschen einzuordnen, was der Künstler so treibt. Und wir werden abgesprochen und gesagt, das ist unser Ziel. Zum Beispiel, wir möchten uns fokussieren auf die Radiopromotion, weil unser Ziel ist, wir möchten in die Rotation, das heißt, wir möchten regelmäßig und in bestimmten Abständen am Tag bei allen möglichen Sendern gespielt werden. Oder wir möchten viel besprochen werden in Fachmagazinen oder also rezensiert werden. Wir möchten im TV präsent sein, das heißt, wir möchten gern von Markus Lanz bis keine Ahnung, TV Noir uns aktiv machen und präsentieren. Oder wir möchten auch gern in einer Online-Promotion super in verschiedenen Bannern eingebaut sein, wie auch immer. Das heißt, so Promoter kriegen verschiedene Zielvorgaben, die sind natürlich miteinander und sie spezialisieren sich auch, das muss ich dir auch noch sagen. Also es heißt nicht, dass jede Agentur alles macht, sondern es gibt auch welche, die sich zum Beispiel nur auf Radio und TV spezialisieren oder nur auf Print und Online. Also das mischt sich auch, das ist nicht immer alles ein Paket. Und dann wird gesagt, alles klar, man sagt grob drei Monate vor CD-Veröffentlichung, also bevor die Platte wirklich rauskommt, müssen diese Promoter losziehen und bemustern, bemustern, bemustern und machen auch tatsächlich, also wirklich noch nebenan die Postbox und da laufen die CDs rein und die werden rausgeschickt an die jeweiligen Redakteure. Dann gibt es dieses wunderbare Format, Music Promotion Network, diese Datenbank. ist eigentlich sehr sinnvoll, wenn dann die Redakteure auch auf deinen Song zugreifen. Das heißt, dort ist die Möglichkeit, die Songs für die Promoter reinzustellen. Zum Beispiel die Single, die man geplant hat, auszukoppeln, die letztendlich auch ein Airplay generieren oder den Airplay stellen soll. Und somit haben, ich glaube, in Deutschland sind es, ich weiß es nicht, ich glaube, zwischen 200 und 300 Musikredakteure, die Zugriff haben, also alle eigentlich von den großen Sendern auch und von den Öffentlich-Rechtlichen, die den Zugang haben und dort einfach direkt den Zugang haben, um das zu spielen und zu bewerten und letztendlich zu spielen oder auch nicht zu spielen. Also Promotion, ein ganz, ganz wichtiger Faktor in diesem Bereich, um letztendlich auch die CD natürlich zu bewerben. Und erst recht natürlich auch im Zeitalter von Web 2.0, wenn wir von Aufmerksamkeit sprechen, wenn wir davon sprechen, aus der Masse herauszustechen, ist das sicherlich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Hinzu kommt, dass Promotion auch nicht billig ist. Also man sagt grob, wenn man in eine Veröffentlichung investiert, wir nehmen jetzt einfach mal eine Summe, eine Veröffentlichung heißt, also wir produzieren Musik, wir nehmen diese auf, wir haben Herstellungskosten und so weiter und so fort, sagen wir, das kostet 50.000 Euro mit Produzenten und alles, was da dranhängt, kann man bestimmt nochmal sagen, wir können das Gleiche nochmal investieren in die Promotion, damit sich das auch rentiert und lohnt. Das Problem ist, bei der Promotion, auch wenn man diese Zielvorgaben hat, man weiß nie, was gewinne ich da jetzt letztendlich mit. Das ist also schon irgendwo ein Streuschuss, man weiß nie. Manchmal kriegt man so Meldungen zurück, wie habe 50 Printzeitungen angeschrieben und davon ist nichts zurückgekommen, irgendwie nur drei eventuell wollen uns besprechen. Das sind manchmal auch Rückmeldungen vom Promoter, da muss man sich auch mal darüber Gedanken machen, ob dieser Promoter der richtige ist und dafür gibt man halt Geld aus. Man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen wie mit Litfaßsäulenwerbung. Inwieweit bringt diese Litfaßsäulenwerbung was für ein konkretes Konzert? Also woher weiß ich, dass der Mensch, der da jetzt zum Konzert kommt, nur da hingekommen ist, weil er die Litfaßsäulenwerbung gesehen hat? Das müsste man sich in diesem Fall auch mal klar machen. Wertschöpfung in der Musikindustrie. Wir können jetzt nochmal kurz die Felder im Prinzip durchgehen und anschauen, wie vielleicht in der klassischen Industrie, dann es dann dazu kommt, was wir so am Ende hören. Wir haben also die Ebene des Künstlers, nicht zu verachten natürlich, schaffen von musikalischen Inhalten. Die Produktionsebene, hier Bindung von Kreativität, Finanzierung, Herstellung, das könnten wir unter der Ebene Label vielleicht einordnen, der im besten Fall, wenn man da natürlich einen Vertrag hat, dort einsteht. Dann den Vertrieb, Logistik, Marketing, oft auch gebunden natürlich an das Label. Dann die Erstverwertung, Absatz über Großhandel, Einzelhandel, Clubs, öffentliche Wiedergabe, Radio, TV, Diskus, die Zweitverwertung, wo die Verlage sicherlich auch aktiv werden und letztendlich natürlich auch wir als Kunde, die hören, kaufen, zu Konzerten gehen und so weiter und so fort. Also wir sehen, es sind hier, und das sind jetzt nur einige Akteure, ich habe den Booker jetzt völlig außer Acht gelassen, also Konzertveranstalter außer Acht gelassen. Es gibt ganz, ganz viele Ebenen und ganz, ganz viele Bereiche und Akteure, Institutionen, die im Musikbusiness irgendwie aktiv sind und was zu tun haben und wo ganz, ganz viele Jobs auch dranhängen. Also wenn wir uns jetzt überlegen, so eine Plattenfirma, die hat eine eigene Marketingabteilung, da arbeiten Leute mit, dann haben sie eine eigene Presseabteilung, da arbeiten Leute. Also es sind ganz, ganz viele Akteure, die um einer Veröffentlichung oder um einen Künstler oder mehrere natürlich, die dort gesigned sind, wie man so schön sagt, zu tun hat. Und jetzt ist meine Frage, und diese Fülle an Kreativberufen und Aufgaben kann das Internet ersetzen. Also wenn wir darüber sprechen, Online-Künstler-Selbstvermarktung, müssen wir uns erstmal klar machen, wie weit geht das überhaupt? Also kann ich mich selbst so stark vermarkten, dass ich, wir reden jetzt immer davon, kommerziell erfolgreich zu werden, also mit dem Profi-Ambition sozusagen, bin ich in der Lage, dass alles nur, wenn ich da selber vorm PC sitze und meinen Laptop dort habe und das Internet steht uns ja frei, dies alles zu erfüllen und dies alles zu erreichen. Gibt es da schon eine direkte Meinung zu? Böse, ne? Wer da vorher alles gesagt hat. Okay. Kann man. Ist es einfach? Also ich würde sagen, die Fülle der Medien und das ist dann auch in der Urlaub, die verteilt, die Befektion jetzt, also es werden viele Leute, die hier bei dir hören, und es werden viele Fernsehen, also es werden die Leute, die auf die Telefonation, und dann nach die Telefonation, und dann sind viele Fernsehsender, die sich die Einstattung haben, die sagen, das ist dann auch das Internet, das ist dann auch da vielleicht, in diesen Aufmerksamkeit, wenn man die Leute auf die andere Medien lieber zu gehen, das kann man sich vorstellen. Und dann auch die großen Fische, die auf die Infrastruktur auf die Telefonation gehen. Ja, im Prinzip sehe ich das genauso wie du. Also deswegen stellen wir uns aber trotzdem die Frage, also wenn wir von Online-Künstler-Selbstvermarktung sprechen, es sind so Begriffe wie, die Musikindustrie ist in der Krise, die CD ist tot, es sind so Schlagwörter. Herr Renner, Tim Renner, war früher bei der Universal, hat dann Motor gegründet, und ist so einer, der ganz gerne darüber spricht, dass die CD tot ist und dass die Musikindustrie im Prinzip die Zeit so ein bisschen verschlafen hat, vor allen Dingen die Major-Companies. Da hat er sicherlich auch in bestimmten Punkten recht. Jetzt kann man also sagen, eventuell, oder das sieht Herr Renner ähnlich, aufgrund der rückläufigen Umsätze in der Musikindustrie, und nicht nur deswegen, sind Tonträgerunternehmen nicht mehr oder deutlich weniger in der Lage, hohe wirtschaftliche Risiken bei Investitionen in Newcomer-Künstler einzugehen. Das heißt also, nach dieser Aussage, die ich hier jetzt getroffen habe, ist die Musikindustrie aufgrund rückläufiger Zahlen, das ist de facto so, wenn man sich die Zahlen anguckt, des Bundesverbandes der Musikindustrie, haben wir in rückläufigen Verkaufstendenzen, vor allen Dingen im physischen Bereich. Es ist auch so, dass 2012 wieder weniger Neuveröffentlichungen an den Start gegangen sind, das heißt, wir haben also auch weniger neue Musik, die veröffentlicht wurde. Andererseits wird auch deutlich gemacht, dass die, ich glaube, 16 Prozent der Musikindustrie, also von den Firmen, wieder reinvestiert wird in den Aufbau und in die Suche neuer Künstler. Das würde ich erst mal kritisch sehen. Also ich glaube, das läuft viel zurück, aber vor allen Dingen auch schon in dem bestehenden Katalog und vor allen Dingen in die Veröffentlichung von sogenannten Hits sozusagen, von bestimmten Bands, die sich also schon brilliert haben. Sicherlich ist es so, wenn man sich überlegt, so eine Investition in so einen Newcomer-Künstler ist natürlich irgendwie eine Investition ins Blaue, kann man vielleicht sagen. Also man spricht grob davon, dass man im Prinzip eine Million Dollar benötigen würde, um einen Künstler in einem Schlüsselmarkt zu etablieren. Ob die Zahl jetzt so stimmt oder ob die irgendwie eine Realität ist, weiß ich nicht genau, aber es wird jedem klar sein, dass so ein Künstler, wenn der unbekannt ist, diesen komplett aufzubauen mit dem ganzen Apparat, der daran hängt, Veröffentlichung, Promotion, was ich gerade erzählt habe, ist schwierig, ist oder schon eine große Investition für eine Plattenfirma. Das heißt, es kommt auch nicht selten vor, wenn also so eine Major-Plattenfirma schaut irgendwie, auch den Künstler finde ich interessant, wir machen mal eine Single und testen das mal so beim Publikum an. Habe ich selber erlebt, bei Allend, die relativ gut lief mit dieser Single, so im Musik-Video-Bereich zu dem Zeitpunkt noch, also so Viva und MTV und so, aber dieses Single keinen wirklichen Zuspruch im Radio gefunden hat, als auch nicht in den Verkäufen besonders. Und diese Band hat unter einer großen Plattenfirma ein Album schon vorher aufgenommen, das heißt, das war alles fertig und jetzt sagte man sich, oh Gott, die Single ist ja irgendwie gar nicht gelaufen, so wirklich. Man hatte das Album fertig, man hat diese komplette Produktion eingestampft und man hat gesagt, ich investiere nicht noch in die Promotion dieses Albums, dieses Single lief nicht, das heißt, man hat sozusagen lieber diesen kleinen Schaden, das kleine Übel genommen und eine riesige oder eine relativ große Produktion einfach komplett in die Tonne zu werfen und zu sagen, nee, jetzt nochmal doppelt so viel rauszuhauen für die Promotion, lohnt sich nicht, wir sehen da keinen Erfolg und sie wurden aus ihrem Katalog sozusagen verbannt und letztendlich der Vertrag auch aufgelöst. Also da sieht man mal, es geht hier um sehr viel Geld auch oftmals bei der Promotion und was auch ein Grund sein kann, warum ich eventuell keine Promo mache für die Band oder wenn ich sie mache, sehr viel Geld in die Hand nehmen muss. Musikindustrie in Zahlen. Das ist ein bisschen unübersichtlich, ich versuche mal so die wichtigen Punkte rauszupacken irgendwie. die CD, also das sind die Zahlen von 2012, steht ja auch hier. Wir haben 93 Millionen verkaufte CDs, das ist ein Rückgang von minus 4,3 Prozent, das ist schlecht, klar, aber es ist auch nicht so dramatisch. Also die Entwicklung ist so, wenn man sich die gesamten Zahlen von 2003 anguckt, dass die CD natürlich immer weniger verkauft wird. Das ist klar, es ist aber immer noch und das ist das Entscheidende, die zentrale Währung bei den Verkäufen. Eine Milliarde Umsatz bei den CD-Alben physisch. Wir haben eine Million verkauften Vinyl-EPs, das war für mich sehr, sehr überraschend, also überraschend nicht, ich habe das so verfolgt, auch in der Entwicklung, aber eine coole Aktion irgendwie, sage ich es mal so, dass Vinyls wieder mehr verkauft werden, also ein Zuwachs von 36,4 Prozent, das ist für meine Betrachtung sehr cool irgendwie. Was ist noch interessant, natürlich und das Wachstum der, also wir sehen hier die ganzen Plus bei den Downloads, also der digitale Markt und das kann man hier sehen, wächst, 19,3 Prozent ist er angestiegen, wir sehen das ja auch hier in der Entwicklung von 2003, kann man das überhaupt sehen, irgendwie schlecht, oder ahnen, okay, ja genau, also hier haben wir im Prinzip das gleiche, wie hier jetzt mit Zahlen geführt hat, das ist der Musikverkauf physisch und digital zusammen, der ist halt minimal gesunken mit minus 3 Prozent, sage ich mal, genauso wie halt dann der physische Verkauf im Allgemeinen mit 7 Prozent und digital wächst und das kann man hier sehen, 2003 noch gar nicht registriert, 2004 13 Millionen, 30 Millionen, 82 bis jetzt, 294 Millionen. Das heißt, wir haben also hier einen ganz klaren Anstieg des digitalen Markts und zeigt natürlich auch irgendwo, dass internetbasierte Künstlervermarktung oder internetbasierte Musikvermarktung natürlich auch irgendwie zentraler wird oder man das nicht außer Acht lassen darf. Man darf aber auch nicht glauben, dass gleichzeitig die Online-Künstler-Selbstvermarktung dann so, wie ich gerade beschrieben habe, mit den ganzen Schwierigkeiten, die daran hängen, mit den ganzen Akteuren, die daran hängen, mit den ganzen Kreativberufen, die daran hängen, eins zu eins meiner Meinung nach zu substituieren sind. Geht das nicht weiter? Hallo? Geht das hier wahrscheinlich über Adonder? Ne, hier geht es auch nicht? Ja, guck mal, Apple ist scheiße irgendwie. Also ich habe Windows. Die Präsentation ist natürlich auf einer... Ach, wie hast du das denn gemacht? Ach so. Wo geht das? Hier oder was? Oder hier? Warum geht das denn nicht hier? Ach, wo runter? Das ist aber, guck mal, das ist aber echt anstrengend irgendwie. Hier, das geht echt nicht mehr. Also wo muss ich machen? Hier drücken? Ja. Ah, okay. Ich glaube, jetzt kriege ich es hin. Mann, ey, echt problematisch, ne? Jetzt geht es wieder? Geht nichts hier. Nimm das mal mit, das brauchen wir nicht mehr. So, okay. Ah, das sieht man, glaube ich, ein bisschen besser, ne? Okay, also hier nochmal ein bisschen nochmal unterschieden zwischen physisch und digital. Sehen wir das natürlich, das Album einfach auch Summon-Longplayer, wie gesagt, 94 Millionen Stück sozusagen, die verkauft wurden, immer noch ein Fund sind. Also wenn man davon spricht, die CD ist tot, ist das für meine Begriffe und das sind Artikel, die man finden kann. Also wenn man mal guckt, oh, CD-Markt ist tot und so. Ein bisschen voreilig, dass er gerade dabei ist zu altern, wenn man das mal so in der metaphorischen Ebene sieht, ist klar, aber das eins zu eins, die eine Technologie, die andere, die vorher da war, ersetzt wird, halte ich für eine schwierige, schwierige Aussage. So, du sagtest, hier geht das, ne? So, kommen wir mal. So, jetzt ist die Frage, wenn wir den Schwung schaffen, also wir haben jetzt sozusagen ein paar Institutionen gesehen, ein paar Akteure gesehen, gibt es dazu irgendwie, weil es ist, natürlich kann man über einzelne Dinge da immer mehr sprechen, aber ich wollte mal versuchen, so einen kleinen Überblick in der klassischen Musikindustrie zu schaffen. Gibt es irgendwelche Fragen zu Akteuren dort oder Institutionen, die ich jetzt gerade irgendwie vorgestellt habe oder zu Zahlen oder so? Nichts? Was ist mit dem Thema Streaming? Spotify und Co. Sehe ich das auch schon konkret in irgendwelchen Statistiken? Genau, ich glaube, das Streaming, das war in der Folie davor, glaube ich, ne? Ah, das kann man auch echt schlecht sehen hier irgendwie. Ah, genau. Ab 2008, also die, boah. Ab 2008, genau, muss man sehen, bei den digitalen Geschichten ist ab 2008 auch sozusagen das Streaming mit berücksichtigt worden. Also es ist so, dass Spotify natürlich immer mehr und so welche Dinge an Wertschätzung im digitalen Bereich finden und auch auf dem Vormarsch sind dementsprechend. Also im Prinzip proportional mit dem digitalen Markt wachsen. Ja? Also sonst kannst du auch nochmal auf also musikindustrie.de gehen, da findest du auch alles mögliche an Zahlen. Im Prinzip kannst du dir das nochmal detaillierter angucken. Schön gesagt, musikindustrie.de, das bezieht sich jetzt alles auf Deutschland. Global sieht das anders aus, oder? Ne, das bezieht sich nicht nur auf, also diese Statistik bezieht sich jetzt auf Deutschland. Ich meine, die Zahlen, die du jetzt so vorgetragen hast, dass die Verkäufe der Platten rückläufig sind, dass die Musikindustrie insgesamt weniger Umsatz macht, das ist ja global nicht so. Genau, also ich hab jetzt, genau, mit den Zahlen, das ist ein guter Einwand, also die Zahlen sind jetzt auf den deutschen Musikmarkt bezogen. Du findest aber auch bei musikindustrie.de zum Beispiel, ich glaub, IFP bla bla bla, sind nämlich auch die internationalen Zahlen dabei. Also da siehst du im Prinzip, kannst du das auch vergleichen, wie es da nämlich aussieht. Also ich wollte mich jetzt besonders auf den deutschen Musikmarkt irgendwie fokussieren. Oh. So. Jetzt den Schwung zurück sozusagen zur, jetzt den Künstler sozusagen im Web 2.0, also irgendwie mit den Möglichkeiten des Internets. Ich hab einfach mal aufgeschrieben, ein hoher Grad an Selbstvermarktung, Eigeninitiative und Qualität ist Grundvoraussetzung für Newcomer-Künstler, um potenzielle Partner und Förderer in der Musikindustrie zu gewinnen. Das ist auch irgendwie so ein Satz, der ist so, auch irgendwo schwammig natürlich, klar. Und dort wird, es gibt einen Leitfaden, einen Leitfaden zur Online-Künstler-Selbstvermarktung, der von der Pop-Akademie Mannheim mit Audio-Magnet, das ist auch ein digitaler Anbieter sozusagen, in Kooperation erstellt wurde. Und dort werden teilweise so Dinge vorgestellt, wie kann ich mich sinnvoll online selbst vermarkten. Und dort wird zum Beispiel gesprochen von, du musst ein paar Grundvoraussetzungen mitbringen, nämlich Qualität. Also sich kritisch hinterfragen, ist meine Musik gut genug, ist der erste Riff, bin ich damit zufrieden, gehe ich kritisch ins Gericht mit meinen Musikerkollegen. Dann wird gesprochen von Zeit. Das Projekt muss Zeit bekommen, der Künstler muss Zeit haben, ihr müsst zusammenwachsen, und so weiter und so fort. Dann wird von Disziplin gesprochen, ihr sollt üben, eure Instrumente beherrschen, und so weiter und so fort. Und ihr sollt Geduld haben, weil klar ist, der Künstler und der Hit und der Star ist nicht von heute auf morgen geboren. Ich habe meine Abschlussarbeit auch in den Bereich Plattenfirmen geschrieben und auch im Bereich Online-Künstler-Selbstvermarktung und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, okay, warum steht das in einem Faden für Online-Künstler-Selbstvermarktung? Weil das ist einfach eine Aussage, die trifft für jeden zu. Also es ist für jeden Künstler zu. Sie trifft überhaupt nicht speziell auf die Online-Künstler-Selbstvermarktung zu. Das heißt, diese vier Dinge, Qualität, Zeit, Disziplin, Geduld, von denen gesprochen wurde, kann ich jedem Künstler mitgeben, das brauche ich nicht in einem Online-Künstler-Selbstvermarktungsfaden zu schreiben. Als Vorwort ist es ganz nett, aber das ist sicherlich nicht die Grundvoraussetzung, um Online-Künstler-Selbstvermarktung zu machen, sondern das ist Grundvoraussetzung für jeden Musiker, egal wie erfolgreich oder klein, groß, wie auch immer ist, sich erstmal überhaupt darzustellen. Das ist das Erste, was jeder macht. Also wenn du, ich glaube, wie war dein Name nochmal? Nee, du, Musiker. Florian, du hast ja, wann hast du angefangen mit deiner Band Musik zu machen oder Allgemeinmusik mit einer Band zu machen? Okay, alles klar. Und dann habt ihr euch dann doch wahrscheinlich irgendwie dargestellt. Ihr habt eine Info geschrieben, was macht ihr für eine Musik und so? Nee, aber ihr habt eine Info wirklich auf Papier Word geschrieben, was ihr für eine Musik macht und ihr habt euch dargestellt. Ihr habt euch auf irgendeine Art wahrscheinlich präsentiert. Ja, das war natürlich vor 16 Jahren sehr, sehr unterschiedlich zu dem, wie wir das heute machen. Mit dem aktuellen Projekt beispielsweise gehört es, das wurde 2010 in etwa gegründet, da gehört es natürlich zum Selbstverständnis, sich auf sämtlichen Plattformen auch entsprechend zu präsentieren. Heute arbeiten wir mit einem Label zusammen und einem Management, was uns natürlich in diesen Bereichen unterstützt. aber ich bin heute nicht als Musiker hier, sondern immer noch von der Firma Rosen. Das heißt, es ist alles noch Hobby geblieben und auch dieses Thema Selbstvermarktung in dem Bereich ist durchaus auch von mir so ein bisschen persönlich als Hobby zu betrachten. Das größte Problem, das ich habe persönlich ist, dass es einfach zu viele Bands gibt und vor allen Dingen zu viele sehr, sehr gute Bands. Das macht es wirklich schwer. Da kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf zu, nämlich vielleicht auch in der Diskussion. Was entscheidend ist, du fängst automatisch oder hast einfach angefangen, dich irgendwie darzustellen und zu präsentieren und zu sagen, so sind wir, das machen wir ungefähr und jetzt erstmal egal in welchen Rahmen. Also ihr habt eine Info geschrieben, ihr habt vielleicht ein Demoband aufgenommen, wie auch immer. Und diese Sachen, die ich gerade genannt habe, Qualität, Zeit, Disziplin und so weiter und so fort, die waren damals genauso entscheidend, wie sie vielleicht heute in der Online-Künstler Selbstvermarktungsmöglichkeiten sind. Das heißt, wie man vielleicht ein bisschen merkt, ich versuche auch kritische Ansätze der Online-Künstler Selbstvermarktung abzugewinnen und vor allen Dingen auch vielleicht Grenzen dort zu zeigen. Nichtsdestotrotz muss heute der Künstler meiner Meinung nach Künstler und auch gleichzeitig Unternehmer sein. Das heißt nämlich genau diese Tools und diese Möglichkeiten natürlich auch bedienen und sie müssen irgendwie administriert werden. Man muss also sozusagen damit umgehen und sich natürlich auch erst mal die Technologiekenntnisse darüber haben, womit habe ich es eigentlich zu tun und wie kann ich es sinnvoll nutzen und aktiv werden sozusagen. Also auch wie man vielleicht früher aktiv wurde, indem man 50 Demo-Bänder in die Post gesteckt hat, um Auftritte zu spielen, muss man heute 50 vernünftige E-Mails oder Press-Kits zusammenstellen, elektronische und die auch in die richtigen Kanäle schieben. Letztendlich hat sich vom Inhalt her oder von der Intention, was ich vorhabe als Künstler zu deinem Start sozusagen bis heute wahrscheinlich nichts geändert. Es haben sich die Technologien verändert und sicherlich auch der Weg und die Infrastruktur, die dort entstanden ist, verändert. Aber die Intention ist dieselbe, nämlich du möchtest als Künstler live spielen, du möchtest auf größere Bühnen sukzessive kommen, du möchtest mehr Partner kennenlernen, du möchtest Leute, die in dich investieren, die deine Musik veröffentlichen und du möchtest reich und berühmt werden und letztendlich irgendwo auch in tollen Hotels wohnen und so. Also es ist letztendlich ist die Intention irgendwie die gleiche wie vor 30 Jahren wahrscheinlich. Nur die Wege haben sich verändert. Das heißt, wir müssen oder Newcomer-Künstler müssen nicht nur diejenigen sein, die da sitzen in der Ecke und ich schreibe einen Song und ich habe damit nichts mehr mit dem Rest zu tun, sondern sie werden aktiv, selber aktiv. Online-Künstler-Selbstvermarktung, drei Felder, die zu beachten und zu pflegen sind, so im Schnellschuss sage ich jetzt mal. Außenwirkung. Also ich versuche jetzt mal Sachen aufzuziehen, die man irgendwie selber in der Online-Künstler-Selbstvermarktung machen kann und letztendlich auch, wie man, wenn man als Band anfängt und kein Label hat, kein Management hat oder keine direkten Partner hat, wie man sich am besten darstellen kann. Wieder erkennbarer Bandname, gerne auch, was den Bereich Suchmaschinen im Internet betrifft. Heißt, es kommt häufig vor, ich kenne es ja auch, die Würfelte Band nennt sich Lautstark oder so, ich versuche jetzt irgendwelche Namen zu finden, also das heißt, du sollst wiedererkennbar sein im Internet, wenn du gesucht wirst. Die Würfelte, gerne auch schon ist mir aufgefallen, auf Facebook-Seiten sind ja auch Einbindungen von Spotify oder so, wie oft du angehört wurdest. Wenn dann auf deiner Seite gezeigt wird, wie eine andere Band, die genauso heißt, dort im Prinzip abgespielt wurde. Das heißt, da entstehen Fehler einfach in der Verknüpfung, in der Technologie. Das heißt, die Konkurrenzband sozusagen steht da drin in deinem Facebook-Account mit den gehörten Songs sozusagen und du bist das gar nicht. So, da gibt es natürlich dann Möglichkeiten wie das Marken- und Patentamt. Also ich fange an zu schauen, ist dieser Name schon irgendwie benutzt worden, ist der verfügbar und kann ich dann letztendlich auch eine Wortmarke anmelden oder eine Bildmarke anmelden, aber ich denke, das wäre jetzt ein bisschen zu detailliert, damit umzugehen. Dann natürlich ganz wichtig, seriöse Ansprechpartner. Das heißt, als Band immer schön auf seinen Seiten auch natürlich einen vernünftigen Ansprechpartner zu finden mit Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, wie auch immer. Das macht einfach einen vernünftigen Eindruck, auch wenn man natürlich keinen Stellvertreter hat wie im Management oder und so weiter und so fort. Hochwertige Fotos und eine gute Biografie sind auch nicht verkehrt. Ich habe schon einige Biografien gelesen, ich komme ja auch aus dem Bereich Künstlermanagement, da steht dann drin und dann haben wir vier Stadtfeste gespielt, das war sehr erfolgreich. Danach sind wir dann mal in ein Studio gegangen und haben dort eine CD aufgenommen, Ausrufezeichen. Jetzt sind wir in der Lage doch auch einige Konzerte zu spielen, Ausrufezeichen. Also Information soll auch Information sein und die natürlich möglichst vernünftig dargestellt. Darüber könnte man später vielleicht auch nochmal sprechen, wie man das vielleicht gut machen kann. Hochwertige Fotos sind heutzutage auch nicht mehr besonders schwer und auch nicht besonders teuer. Es gibt vielleicht ein paar Kumpels von denen, die in der Band spielen, die vielleicht sich ein bisschen der Fotografie verschrieben haben und auch noch ein bisschen mit Photoshop umgehen können oder wie auch immer und so kann man relativ mit wenig Aufwand und wenig Mittel auch vernünftige Fotos bekommen. Denn der nächste Punkt, was oft, zumindest mit den Bands, mit denen ich auch so mal spreche oder die auch zu mir kommen und mir was erzählen, ist, dass das so das schwierigste Feld ist für die. Also Dialogbereitschaft und das Netzwerken, also Kontakt vor durch Offensein, vielen von deinen Projekten zu erzählen und das auch ohne, also weil viele haben das Gefühl, ich will die Leute nicht zuschwallern oder ich will nicht mich besonders darstellen, aber genau das ist ja der Fakt oder der Punkt, den man so überwinden muss. Also der Punkt von dem Projekt, natürlich Leuten, die es interessieren könnte, Partner, davon zu berichten und zu erzählen. Das heißt natürlich auch online, da ist die Schwelle, die Hemmung natürlich nicht so groß, News zu pflegen und eventuell, wenn man Fans hat, 20 Leute in seiner eigenen Region, die sukzessive aufzubauen, Street Teams versuchen zu formieren darüber. Das heißt, wie kann ich Leute gewinnen, die sozusagen für mich eintreten und meine Arbeit unterstützen in jeglicher Form? Da spielt auch ein bisschen Punkt 3 mit rein, Aktionsbereitschaft, Faneinbindung bei Aktionen, Gewinnspiele, Wohnzimmerkonzerte, ein beliebtes Thema, also Erlebnisse schaffen, um treue Unterstützer zu gewinnen. Street Teams, wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, eine kleine eigene Tour zu organisieren und ich habe ein paar fünf Fans irgendwie in Lingen oder so, die zu gewinnen und zu sagen, ey, könnt ihr ein paar Flyer auslegen, könnt ihr da Mundpropaganda machen, habt ihr ein paar Leute, die ihnen Bescheid sagen können, aber wichtig, dann natürlich auch diesen Leuten Möglichkeiten schaffen, dass das wertgeschätzt wird, was ihr von ihnen verlangt oder worum ihr sie bittet, sozusagen, was für euch zu tun. Das heißt, es sind so drei grobe Punkte, die man beachten sollte, wenn man natürlich sich irgendwie darstellt oder auch als Musiker irgendwie versuchen möchte, wahrgenommen zu werden. Livemusik machen ist natürlich immer noch so ein entscheidender Faktor, also für meine Begriffe ist es immer noch somit das Wichtigste, sich darzustellen. Natürlich erstmal ist es wahrscheinlich für jeden Musiker der schönste Moment eigentlich, wenn man live spielen kann und letztendlich auch oft der effektivste, was Rückmeldungen angeht, was Verkäufe auch vielleicht von deinen CDs und deinem Merchandise angeht. Also irgendwie hat man da den direkt, man sieht das auch gleich, glaube ich, weiß jeder, der vielleicht Musik aktiv macht in so einem Bereich, dass dann auf einmal auch die Portale wieder aktiv werden, Facebook, man hat viel mehr Reichweite, man hat auf einmal viel mehr Austausch und Traffic sozusagen auf den Seiten. Es gibt bei diesen Aktionen, von denen ich gesprochen habe, natürlich auch reichlich andere. Crowdfunding sozusagen, klar, Bereich, wie wir gerade schon mal ganz kurz gehört haben, ich versuche viele ja, Unterstützer zu finden, die Geld geben. Ich würde dieses System nicht unbedingt empfehlen für einen Newcomer-Künstler, der gerade am Anfang steht, um eine CD zu veröffentlichen, der vielleicht auch noch keine besonders große Fanbase hat. Das heißt, ich glaube, es macht Sinn, wenn schon eine gewisse Base entsteht sozusagen oder entstanden ist, dort dann mit so welchen Sachen aktiv zu werden, wenn ich ein Album zum Beispiel veröffentlichen möchte. Was ursprünglich gesehen war als Nischenaktion, sage ich jetzt mal, ist mittlerweile auch absolut im Mainstream gelandet. Also wenn wir uns zum Beispiel den aktuellen, jetzt nicht Musikbranche, sondern Film- oder Fernsehbranche, Stromberg-Film angucken, der gemacht wurde, wurde genau über so ein System finanziert. Was ich persönlich, ist jetzt ein ganz persönliches Statement albern finde, eine Firma wie Brainpool, die dahinter hängt, angeblich diesen Film mit einer Million nicht zumindest teilfinanzieren zu können, ist, ich lehne mich aus dem Fenster, Quatsch, weil wir wissen, also Brainpool ist ein riesiges Unternehmen, hat und investiert das schon längst vorher auch in die Staffeln von Stromberg. Das heißt, es ist meiner Ansicht nach, und das ist das Interessante, eigentlich ein Promotion-Tool geworden in dem Fall. Für Stromberg ein Promotion-Tool geworden, die Leute zu gewinnen, sie in die Kinos zu bringen und natürlich auch Erlebnisse vorab zu schaffen. Also genau das ist es ja. Erlebnisse schaffen, man kann entweder mitspielen, man kann in den Vorspann, in den Abspann kommen. Das heißt, dieses System wurde, ich sage es jetzt mal böse, in Anführungsstrichen, dieses Nischensystem zweckentfremdet, auf eine gewisse Art und Weise. Das ist aber jetzt eine persönliche Meinung. Bezahl, was du meinst, so habe ich das mal genannt, für die Dinge, wo die Musiker sagen, bezahl das, was es dir wert ist. Das haben Radiohead gemacht, zum Beispiel. Ich glaube, die haben eine Vinyl rausgebracht, in Kombination mit auch Download oder so, 2007, und man konnte aber nur bei den Downloads, wenn man das Album downloadet, entscheiden, was man bezahlen möchte. Finde ich auch einen super interessanten Ansatz, wenn man mehrere Produkte sicherlich auch hat. Und es ist letztendlich auch bei einer Band wie Radiohead vielleicht, ja, die sind ja nicht mehr so ganz unbekannt, sodass das auch sicherlich als Promotion-Funktion zu sehen ist. Ebenfalls Erlebnisse schaffen ist eine interessante Sache im Bereich Sven Regner. Ich weiß nicht, wer dir das Begriff ist, Element of Crime. Der ist ja auch Filmemacher und der hat einen neuen Film rausgebracht und der hat sich dabei filmen lassen, beziehungsweise einfach mit einer Webcam, als er das Drehbuch geschrieben hat. Das heißt, auf der Seite zu diesem Film gibt es ganz, ganz viele Videos, wie dieser Mann einfach in seinem Büro beziehungsweise in seinem Wohnzimmer sitzt und dieses Drehbuch schreibt und er erzählt auch dabei, wenn er dabei schreibt. Also das heißt, der Zuschauer, der Potenzielle ist super nah dran an dem Geschehen, an der Entstehung, sozusagen an der Schöpfung des Werkes. Was ich so bisher noch nicht zum Beispiel gesehen habe bei Musikern, so ganz stark, wie man mal einfach sagt, okay, ich lasse euch mal jeden Tag daran teilhaben, wie wir ein Album, wie wir einen Song schreiben, ist mir bisher noch zumindest nicht aufgefallen. Gibt es das irgendwie so? Hat jemand mal was gesehen? So über, auch eine lange Strecke und nicht so ein Podcast oder so? Wäre ja mal interessant. Das war erst im Bereich Hard Rock, Metal. Es gibt da eine Band ziemlich bekannt, Dream Theater. Kennen wahrscheinlich viele. Ein sehr berühmter Schlagzeuger, ist ja vor einiger Zeit ausgestiegen und die haben ein sehr, sehr breites Casting gemacht und einen neuen Schlagzeuger gesucht. Muss man wissen, in der Szene sehr bekannt und das Ganze findet auch auf einem sehr, sehr hohen Niveau statt. Aber die haben das Ganze vollständig verfilmt. Es gibt eine DVD dazu, wie das Ganze stattgefunden hat. Es haben im Übrigen auch europäische Schlagzeuger daran teilgenommen. Marco Minnemann aus Hannover beispielsweise, ein fantastischer Schlagzeuger. Ich weiß nicht, ob die die DVD einzeln verkauft haben oder ob es eine Zugabe zu einer CD, zu einem neuen Album war. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, eine ungefähr einstündige Dokumentation. Und für Fachkundige unfassbar spannend anzuschauen. Das ist natürlich für die Nerds so ein bisschen. Danke. Nee, so positiv jetzt gesehen für die Nerds. es sind ja Mehrwerte, die geschafft werden. Es ist ja ein Content, es passiert ja was um die Band herum und das ist für sehr, sehr viele sehr interessant, für viele dann wieder nicht interessant, aber es sind halt Mehrwerte, die geschafft werden aus Sachen, die sich so selbst ergeben. Und das ist schon spannend. Und ich muss sagen, ich war auch bei diesen, weil ich persönlich zugeben muss, ein kleiner Regener-Fan bin, darauf rumgeswitcht und habe mir das auch angeguckt. Kannst du dir nicht den ganzen Tag angucken, weil die Videos gehen über zwei Stunden pro Video und das jeden Tag. Dann wird es auch anstrengend irgendwann. Aber ich fand es einfach einen interessanten Ansatz, um auch, wie gesagt, unter dem Thema Erlebnisse schaffen, teilhaben lassen. Also die Fans, die da sind, die dann eventuell auch sagen, oh, das würde ich mir gerne angucken, da gehe ich hin. Die an dem Schaffen des Künstlers auch einfach im Moment die Tür so zu öffnen und zu sagen, guckt dir das mal an und so. Sei mal dabei. Bitte. Ich folge ja auch vielen Musikern auf Twitter und vor allen Dingen so im englischsprachigen Raum, also Großbritannien, wo Twitter auch wirklich ein soziales Netzwerk ist, was nicht nur von Promotern und Medienleuten gepflegt wird. Die schreiben auch einfach, wo sie hingehen, welche Shows sie anschauen, wo sie gerade sind und posten davon, was sie inspiriert und du bist halt wirklich, du hast das Gefühl, du bist nah dran und da sitzt nicht eine Agentur hinter, die sagt, ey hier, das haben wir gerade geschaffen, das macht, guck euch das an, sondern du siehst auch, wie die sich verabreden mit den Kumpels an der Straße oder so und das machen die aber auch mit einem Hintergedanken, aber du hast das Gefühl, du bist nah dran an diesem Künstler, was der gerade schafft, was ihn inspiriert, wie der zu seinem Werk kommt. Okay, und das findest du gut? Finde ich super gut, total. Also auch, wenn ich so, der guckt sich folgende Band an, was ist denn das, das gucke ich mir jetzt auch mal an. Und klack, funktioniert. Ja. Also ich sehe das, also absolut, die einen würden jetzt vielleicht sagen, also so viele private Sachen muss ich jetzt, also will ich als Künstler auch gar nicht preisgeben. Es ist natürlich, steht da ein Zweck hinter, weil der wird das, ist auch klar, aber ist ja auch egal, ist ja auch in Ordnung, wenn da ein Ziel hinter steht. Letztendlich ist es so, dass wie du schon gesagt hast, so Sachen mit Twitter, Facebook und so, werden natürlich nicht nur von Agenturen genutzt, sondern vor allen Dingen von Privatleuten, aber eben auch von Agenturen, die es halt als Werkzeug, wie wir es heute schon mal gehört haben, also genauso sehe ich das nämlich auch, als Werkzeug dann eben verwenden. Deswegen, ich glaube das nächste, genau, nee, habe ich das jetzt schon übergangen? Ah, da. Okay, deswegen habe ich Internet, Segen und Fluch mal einfach so gesagt. Und Segen, der virtuelle Raum steht jedem zur Verfügung, um Musik annähernd voraussetzungslos verbreiten Vorstellungen und potenziellen Fans zugänglich machen zu können. Genau das ist, würde ich auch sagen, der Vorteil. Also ich glaube, darüber haben wir uns ja kurz schon mal so privat gerade unterhalten. Die Möglichkeiten sind erstmal einfach da, mit wenig Voraussetzung, das heißt, ich muss ja trotzdem noch irgendwo Musik aufnehmen, auch wenn ich das zu Hause in meinem Kämmerlein mache, mit Home-Recording. Ich muss also ein bisschen was tun, aber dann kann ich irgendwie mit wenig Aufwand auf Plattformen im Internet einer großen Masse oder potenziell einer großen Masse mein Schaffen zur Verfügung stellen oder zeigen und sagen, guckt euch das mal an und im besten Fall liked ihr das noch oder geht auf meine Seite. Das heißt, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, dass auf einmal so eine potenzielle Zuhörerschaft und Publikum vorhanden ist, denen ich was zeigen kann, die das eventuell auch noch weitertragen. Früher über die typische Mundpropaganda, jetzt über Link posten und Link teilen. Das ist eine gute Sache. Auf der anderen Seite war die Flut von diesen Informationen und von Künstlern wahrscheinlich noch nie so groß wie jetzt, sodass ein Durchsetzen meiner Meinung nach von Newcomer-Künstlern und das aus der Masse herausstechen eigentlich zu der größten Hürde geworden ist. Also die Aufmerksamkeitsspanne, die im Prinzip von euch allen oder auch von mir oder von jedem irgendwie ist nur noch so klein von den Sachen, die man alle gepostet sieht. Also wer kennt es nicht, wenn man irgendwie bei Facebook online ist und dann Neuigkeiten drückt und eine Minute später drückt, dann aktualisiert man die Neuigkeiten, sind da schon wieder 18 andere Posts. Das heißt, die Aufmerksamkeitsspanne und die Toleranz einem Post oder einer Nachricht überhaupt noch sehr viel Wert und Aufmerksamkeit entgegenzubringen, ist mittlerweile sehr klein geworden. Das heißt, wird sofort aussortiert, sofort übergangen oder auch einfach ignoriert. Das heißt, das Herausstechen und die Nachricht, die ich habe, nämlich als Künstler, hallo, hier bitteschön, das bin ich, damit Aufmerksamkeit zu generieren, ist eigentlich die größte Hürde. Das heißt, Promotion, das gehört ja damit wieder dazu. Wie kann ich es schaffen, dass das, was da ist, irgendwie auch platziert wird und jeder hört oder viele hören und einer breiten Masse, wenn man das Ziel hat, kommerziell erfolgreich zu sein und wenn wir jetzt davon reden, ich möchte vielleicht auch massentauglich sein, ja, dafür im Prinzip Zuhörerschaft zu gewinnen. Das heißt, Segen und Fluch irgendwie, es ist zwar Raum da, aber es ist so viel Raum da, dass sehr viele Leute es nutzen und es dann halt schwierig wird, irgendwie dort Aufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen möchte ich abschließend zu einer Diskussion kommen, vielleicht kann man darüber noch kurz sprechen, ich weiß nicht, was es sich ja noch ergibt. Ich habe die Frage gestellt, brauchen Künstler, um kommerziell erfolgreich zu werden, keine klassischen Institutionen und Akteure mehr, wie Plattenfirmen, Verlage, Manager, da das Internet diese substituiert? Also über die Institutionen, über die ich gerade kurz was erzählt habe und die Akteure. Ja, ich lasse die Frage einfach mal so stehen, vielleicht kann die ja nochmal jemand durchlesen und dann dazu Stellung nehmen oder eine Meinung vielleicht. Oder auch gerne zum zweiten Teil, teilen, streamen, kostenlos downloaden, verliert Musik und dessen Urheber an Wertschätzung oder an Wert, entwickelt sich der Tontrigger in Zukunft vielleicht nur noch zum Mittel der Bewerbung des Künstlers und dessen Live-Aktivitäten und gar nicht mehr und das füge ich jetzt hinzu zum wirtschaftlichen Erfolg, also zum Absatz. Ich lasse beide Fragen, es ist keine Prioritätenliste hier eins und zwei, also kann gemischt drauf geantwortet werden. Gibt es dazu Meinungen? Bitte. Ich würde vielleicht einfach mal gleich zum zweiten übergehen, weil das ist ja so eine Sache, die in Deutschland auch viel diskutiert wird, gerade so in diesen Zeiten, wo es früher Napster gab, wo das ja eigentlich so anfing, Musik zu dem Zeitpunkt noch illegal downzuladen. Ich glaube einfach, dass dieser Trend sich so langsam ein bisschen wechselt, dass man viele Leute auch weggehen von diesem kostenlosen Downloaden hin zu, ja, nehmen wir mal irgendwie, keine Ahnung, Napster in neuerer Version, wo ich mir dann irgendwie ein Abo kaufe und dann halt legal diese Musik runterladen kann, aber im Monat dann, keine Ahnung, zehn Euro dafür bezahle. Ich glaube, dass einfach der Mehrwert dieser Musik mehr dahin geht, dass ich Musik streame und dann monatlich dafür bezahle, als jedes Mal einzeln ein Lied zu kaufen und dadurch auch viel, viel mehr Nutzen eigentlich generieren kann, weil dadurch, dass ich bei Napster dann sage, ich finde den Künstler gut, werden mir noch andere vorgeschlagen und so ergibt sich dann auch wieder neue Musik eigentlich und dadurch erhöht sich zumindest die Wertschätzung für, gerade für unbekannte Künstler, glaube ich, viel mehr, als dass er Wertverlust für die Großen darstellt. Also ich denke, es ändert sich einfach. Also es wird nicht mehr geben, dass man jedes einzelne, jede einzelne CD kauft, sondern dass man viel mehr streamt und viel agiler auch in der Musik unterwegs ist, als man mit einer CD jemals sein wird oder jemals sein könnte. Also auch mal zu dem zweiten Teil und schließt letztendlich direkt da an. Ich glaube schon, dass wir weiterhin noch bereit sein werden, für Musik zu zahlen, aber dass sich die Produkte ändern, genauso wie wir quasi, wenn auch ein langsam schwenkt, du hast gesagt, altern, stimme ich zu, von CD auf irgendein anderes, gestreamtes Medium gehen, da glaube ich, das wird zwar eine lange Zeit noch ein bisschen alterner, dann wird es abrupt oder stärker abrupt abbrechen, weil ich das bei mir schon sehe. Ich habe keine Lust, diese CDs dann irgendeiner Weise irgendwo reinzulegen, sondern das ist im Prinzip nur der Träger, den ich irgendwie kaufe, um sie dann bei mir in die Mediathek quasi einzubinden. Und wenn ich keine Mediathek bräuchte, sondern das entsprechend anders machen könnte, wäre ich auch zufrieden. Wird sicherlich diese Flatrates geben, wo man entsprechend irgendwas macht und dann möglicherweise andere Produkte, wo man sagt, okay, ich kriege es in der Flatrate halt irgendwann, aber wenn ich ein bisschen mehr zahle, dann kann ich mir das auch sofort downloaden. Also ich glaube, da wird man an den Produkten was drehen. Das wird sicherlich ein Bereich sein. Was ich überhaupt gar nicht beurteilen kann, wie das funktioniert, ist die Frage, wie quasi so der Ersteinstieg anbelangt, wenn ich die Frage eins sehe. Irgendwann brauchen wir diese Institution, weil das nimmt halt eine Form an, die es nicht braucht, oder die, der der Einzelne nicht machen kann. Aber die Frage ist ja, wie kriege ich eigentlich diesen Hype hin, plötzlich irgendwie aus der Masse aufzutauchen. Und da wäre es ja spannend, irgendwie zu gucken, gibt es da Strategien, um, ich sage mal, die richtigen Teilpromotor in irgendeiner Weise anzusprechen, die einen dann so in einphasen und plötzlich ist man dann, was weiß ich, 370 Millionen Mal auf YouTube angeklickt oder keine Ahnung. Also es gibt ja genau diese Phänomene, dass plötzlich irgendwie wer auftaucht. Und danach kommt dann das klassische Business. Also ich denke, was interessant ist noch, vielleicht zu sagen, zu dem Selbstvermarktungsfaden, Audio-Magnet, der diese Inkooperation erstellt hat, diese Firma gibt es nicht mehr. Also die haben ihre Pforten auch mittlerweile geschlossen. Und was auch interessant war, bei vielen, vielen guten Ansätzen, wie ich finde, in diesem Live-Fam, ich will den jetzt nicht schlecht machen, geht es aber eigentlich auch darum, eine Vorbereitung zu schaffen, um mit Institutionen zusammenzuarbeiten. Das heißt, mir ist aufgefallen, bei der Recherche, sehr viel gut, aber immer nur bis zu einem gewissen Grad. Das heißt eigentlich, die Online-Künstler-Selbstvermarktung haben sich schon der Faden selbst im Prinzip mitgeteilt oder sollte den Künstlern mitteilen. Du kannst bis hier und da gehen und danach ist es ja sinnvoll, auch mit dem und dem zusammenzuarbeiten. Das heißt, dieses, ich sage mal, konsequent durchziehen, ich mache das alleine und zwar bis zum kommerziellen Erfolg wurde dort gar nicht auch beachtet beziehungsweise dort war gar nicht vorgesehen. Und zu der Frage, es gibt diese Phänomene, aber wie gering, darüber hatten wir auch gerade schon kurz gesprochen, wie gering sind diese Phänomene eigentlich, dass ein YouTube-Star so auflebt, sage ich mal. Justin Bieber, so nach dem Motto, Mutti hat die Filme gemacht und dann ist, wer war das? Ich glaube, Asher oder Nelly, ich weiß es nicht, keine Ahnung, der darauf aufmerksam geworden ist und ist jetzt mittlerweile zum Star. Klar gibt es das oder Psy mit seinem Gangnam Style und so. Also das gibt es ja alles, aber das sind ja eigentlich, und das sind die zwei, also wir können auch noch mehr nennen, aber es sind wahrscheinlich nicht so viele, wie es an Inhalten und Content und Möglichkeiten gibt an Musikreperteur, was da ist eigentlich. Also eigentlich sind es ja genauso Ausnahmen vielleicht, wie das, dass ich mit meiner Musik kommerziell erfolgreich werde, über den konventionellen Weg nenne ich mal, über eine Plattenfilm oder wie auch immer. Das heißt, es steht zwar so eine Tür offen irgendwie mit dem Internet und mit der Selbstvermarktung, aber ich glaube, da sind so viele Hürden noch dahinter, die auch überwunden werden müssen, die dann wahrscheinlich genauso auf der Seite sind, wenn ich den klassischen Weg gehe, über eine Plattenfirma, über den Versuch, mit einer Plattenfirma zusammenzuarbeiten. Die Debatte über die Wertschätzung, also das, also was ich interessant finde, das war ja auch die Vinyl-Entwicklung nochmal, also da haben wir ja eigentlich genau das gegenläufige Prinzip von der Welle, nämlich nicht nur CD, also in so, sondern jetzt in so auch noch, also es wird größer. Ich denke, das wird auch mit Zunahme, das ist auch jetzt Spekulation, mit Zunahme von, von des wachsenden Digitalmarkts auch gleichzeitig zunehmen, dass diese Liebhaberprodukte, möchte ich sie mal nennen, also sowas wie Vinyl in Kombination mit einem Songbook oder mit exklusiven Tourfotos, also so bestimmte Liebhaberprodukte dann auch zunehmen werden. Und das ist ja halt beim Vinyl 15 Jahres hoch, also es wurde vor 15 Jahren das letzte Mal so viel Vinyl verkauft, wie im Jahr 2012, ist eine interessante Entwicklung. Also ich will eigentlich bei der ganzen digitalen Welt und die Musik ist irgendwie nur noch in meiner Mediathek, irgendwie doch wieder was Haptisches haben und die Wertschätzung auch vielleicht damit dem Künstler suggerieren, indem ich das in der Hand habe und der hat sich Mühe gegeben, ein vernünftiges Artwork zu entwickeln, hatten wir gerade auch kurz drüber gesprochen. Also das ist ja schön, es ist irgendwie was, was Cooles in der Hand zu haben, wo man Spaß dran hat. Sonst noch Meinungen dazu? Ich weiß gerade gar nicht, vor ein, zwei Jahren hieß es mal auch, dass das Album halt immer mehr stilte. Also das ist wirklich diese Länge von 60 Minuten, das ist gar nicht mehr das Ding, sondern ich mache eine EP oder drei, vier Songs und veröffentliche die in einem ganz anderen Tonus und nicht jedes Jahr, alle zwei Jahre oder was, ein Album. Sondern dadurch, dass ich immer meine Musik jederzeit veröffentlich kann und auch nicht diesen Tontaker brauche, brauche ich auch nicht mehr das Album. Sondern ich habe einen Song, zack, haue ich den raus und veröffentlich den jetzt. Wo geht das gerade hin? Weißt du das so? Also was Fakt ist, nach den Zahlen zumindest, ist es so, dass das CD-Album natürlich noch, wie ich glaube ich auch vorhin gesagt hatte, so der Kern irgendwo noch ist. Also der Longplayer, der klassische in dem Fall jetzt. Wenn ich wüsste, wo das hingeht, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen können. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich glaube, also das, was ich eigentlich gerade schon gesagt hatte, genau, dass natürlich der digitale Markt wächst und im Gegensatz dazu aber bestimmte Randliebhaberprodukte auch wachsen werden, meiner Meinung nach. Und ich glaube, damit kann man auch einen Stich setzen, also indem man sagt, alles klar, jetzt mache ich mal diese Vinyl und mache da ein megageiles Liebhaberpaket, was ich auch für viel Geld eventuell verkaufen kann, in Anführungsstrichen viel Geld. Wie sich das entwickelt vielleicht aus dem Bereich, wie der Habitus wird, zu veröffentlichen von Plattenfirmen und Künstlern? Keine Ahnung. Also kann ich wirklich nicht, also weiß ich nicht. Also wenn solange das klassische Album noch verkauft wird und im Mainstreammarkt irgendwie seine Daseinsberechtigung hat, dann wird das auch weiterhin, denke ich, in so einer Art geschehen irgendwie. Du hast ja jetzt schon die Möglichkeiten, du hast ja nicht mehr nur, sag ich mal, das blöde, einfache Jewelcase, also diese normale Plastik-CD-Hülle, sondern du hast die Möglichkeit, du hast ein schönes Digipack und dann machst du die Normalstandard-Version, da sind deine zwölf neuen Tracks drauf, dein neues Album und dann hast du aber die Premium-Version, dann sind da noch drei Akustik-Songs mit drauf und dann hast du die Deluxe-Premium-Version, wo du dann noch Tour-Videos dabei hast und ein T-Shirt und eine Tasse oder so. Also es gibt ja jetzt auch schon, was heißt jetzt auch, aber es gibt ja schon die Möglichkeit, dass geschaut wird, wie mache ich meine Produkte interessant und biete verschiedene Produkte an, also dem Nerd, ja, dem Nerd, der alles kauft irgendwie und dem Normalo, dem eigentlich nur, eigentlich hat dem nur drei Lieder gefallen von dem Album oder fand er gut und kannte auch diese Dinge nur. Bei der Single ist es zum Beispiel super interessant, die physische Single ist eigentlich tot, also die ist, das können wir doch mal auch einfach so sagen, die ist tot. Also die kauft irgendwie keiner mehr. Aber die Single-Downloads, die Tracks, also mir gefällt von der und der Band nur dieser Song oder es gibt ja auch, was nicht zu verurteilen ist, einfach nur Leute, die viel, nur Schadzöne oder das, was im Radio passiert, das heißt, die laden sich dann einfach diesen einen Track runter, den sie gut finden und das restliche Album kennen die nicht und interessieren sich auch nicht dafür. Ist auch in Ordnung, aber das dann noch physisch zu kaufen, das kommt irgendwie nicht mehr vor. Wann habt ihr das letzte Mal, wer hat das letzte Mal eine Single als physische CD oder Maxi-CD gekauft? Bitte? Hast du eine gekauft? 6... Ja. Guck mal, das war ja erst gestern. Ja. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da gekauft habe. Aber kauft irgendwie keiner mehr. Also ist auch, also nach den Zahlen, ich rufe die jetzt nicht nochmal auf, wie gesagt, Musikindustrie.e findet man sehr, sehr viele Informationen und Zahlen. Möchte aber auch dazu sagen, dass das keine unabhängige Stelle in dem Sinne ist. Das sind also das, was die Zahlen, die Plattenfirmen und die Industrie dort Teilnehmer preisgeben. Das heißt, nochmal ein Extrakontrollorgan gibt es jetzt meines Erachtens nicht. Aber mit diesen Zahlen wird normal sonst auch verlässlich gearbeitet, meiner Information nach. Ja, also wo das hingeht, also wenn du da was weißt, irgendwie sag mal Bescheid, da können wir zusammen was starten oder so, dann... Twitter-Music? Kenne ich nicht, ne? Ja. Er was? Ach, entdeckst, okay. Okay. Ja, das ist so der Fokus. Ja. Könnt ihr alle googeln. Sonst noch Meinungen oder Ideen oder so? Vielleicht, wohin sich der Markt entwickeln wird? Zu eins ganz kurz nochmal. Brauchen Künstler, um kommerziell erfolgreich zu werden, klassische Institutionen und Akteure würde ich sagen, würde ich behaupten, ja. Ach, sie brauchen noch? Brauchen, ja. Okay. Ich denke, ja. Weil, wie du gerade schon gesagt hast, die Künstler, die berühmt geworden sind oder bekannt geworden sind über diese Kanäle, YouTube, etc., die lassen sich relativ einzeln abzählen. Kurzer Rückblick vielleicht nochmal in die große Zeit von MySpace. Viel mehr als die Arctic Monkeys kann ich da auch nicht raus mitnehmen. MySpace ist heute de facto tot. Ich weiß gar nicht, ob das hier einige vielleicht überhaupt noch kennen. Das Ding ist, du kannst natürlich mit relativ einfachen Bordmitteln, iPhone, Laptop, etc., kannst du tolle Videos machen und dich auf YouTube super präsentieren. Es gibt Programme, mit denen du dich ja, Foto, visuell mäßig auch gut aufstellen kannst. Man muss ja nicht gleich die dicke Photoshop-Lizenz rauskramen. Das heißt, du kannst dir Logos ziemlich stylisch mit wenig Aufwand generieren, etc., dich auf Facebook platzieren. Das ist alles umsonst, nicht umsonst, aber kostenlos. Und es funktioniert auch meiner Meinung nach hauptsächlich in Kreisen, wo Leute ebenfalls keine Investitionen, kein Geld in die Hand nehmen. Also diese Kostenlos-Gesellschaft, da funktioniert das sehr gut. Haben wir ganz lustigerweise in unserem Facebook-Kanal auch so erlebt. Wir haben letztes Jahr mal ein Konzert in Berlin gespielt, im Sage Club, und wir konnten über den Veranstalter konnten wir Fans auf die Gästeliste setzen lassen. Und da haben wir gesagt, hier, passt mal auf, schreibt doch euren Namen einfach in den Kommentaren, wir setzen euch mit auf die Gästeliste. Da haben zu dem Zeitpunkt hatten wir vielleicht 400 Fans auf Facebook, wir hatten aber bestimmt 600 Kommentare und auch von irgendwelchen Berlinern, die geschrieben haben, oh cool, dass ihr endlich mal wieder bei uns in Berlin spielt. Wir haben bis dahin noch nie in Berlin gespielt. Ja, da wird man auch mal verarscht. Da gibt es was umsonst, da mache ich einfach mal mit. Super. Am 1. April haben wir geschrieben, ey, wir hauen jetzt auch iPads raus, einfach Farbe unten drunter schreiben. Gut, war ein April-Scherz, aber unsere Statistik, die ging nach oben. Das heißt, da gibt es was umsonst, da machen die Leute alle mit. Deshalb denke ich auch, dass die Wertschätzung, und da kommen wir so ein bisschen in Richtung Punkt 2, dass die Wertschätzung gegenüber der künstlerischen Leistung, wenn sie wirklich liebevoll gemacht ist, heute zumindest bei den meisten Leuten auch gar nicht mehr so vorhanden ist, was ein bisschen schade ist, was es dann aber auch insgesamt wiederum schwieriger macht, dich am Markt zu etablieren. Und das ist auch wieder mit ein Grund, weshalb die größeren Plattenfirmen etc. auch gar keine Lust mehr haben, Geld in die Hand zu nehmen, um in dich als Künstler oder Gruppe zu investieren. Und das ist leider so eine Spirale, die es einem schwierig macht, da wirklich rauszukommen und sich sozusagen ins rechte Licht zu rücken. Das ist die größte Herausforderung. Genau, also wie du anfangs glaube ich auch gesagt hast mit den Fotos und so, du kannst relativ schon viel stylische Sachen selber machen. Genau das ist auch die Anforderung, die diese Institution schon, oder an die Künstler haben, die dort, also die jetzt vorhanden sind und noch keinen Deal haben oder was auch immer. Das heißt, das ist ein ziemlich hoher Qualitätsstandard, der gefordert wird. Das heißt, aktuell sind wir, ganz persönliche Geschichte mit einer Künstlerin unterwegs oder mit einer Band unterwegs, mit der wir was machen. Die haben, wir wollen jetzt mit dieser, die wir managen, jetzt an eine Plattenfirma treten mit diesen oder wir haben zwei Termine und diese Band hat schon, im Prinzip haben wir alles fertig. Also wir haben EPK, wir haben vernünftige Videos, wir haben, also EPK heißt also komplett elektronische Presse Kit, also Pressepaket der Band, fertig gestaltet. Wir haben super hochwertige Fotos, wir haben ein komplettes Album fertig. Das heißt, eigentlich haben wir all das gemacht, was im Prinzip auch eine Plattenfirma machen müsste oder in dem Grundverständnis tun würde, ist vorhanden. Und das ist Standard, um aktuell überhaupt irgendwie mal in ein Gespräch zu kommen. Also diese Storys gibt es sicherlich auch. Ich bin da mal hingefahren zu Universal und so, habe mich in die Lobby gestellt und habe da drei Lieder vorgetreller mit meiner Gitarre. Das ist eine geile Geschichte auch irgendwie, also finde ich auch super cool für Promo und so. Aber wie oft kommt das eigentlich vor und das ist nicht der gängige Weg. Genau das Gleiche, viele Bands haben das Interesse, ich möchte gerne Live-Support von dieser und dieser Band spielen. Oh, die habe ich schon geliebt, die liebe ich immer noch und ich möchte so gerne mit einer Band vor dieser Band spielen als Tourneesupport. Und ich hatte jetzt auch wieder, letztens war ich auf einem wunderbaren Konzert von einem ganz tollen Künstler und da waren zwei Vorbands und die eine Vorband-Sängerin sagte, da habe ich den bla 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 angerufen und ihn gefragt, kann ich bei dir ein paar Songs spielen? Und er sagte, ja klar und jetzt stehe ich hier und so. Und also man muss das alles hinterfragen und dann, wenn man sich dann, das ist für eine Geschichte immer sehr lustig und ich habe dann aber mal weitergeguckt auch, wo kommen die her? Gleiche Plattenfirma, gleiche Booking-Agentur und es ist nur sinnvoll und ökonomisch richtig, wenn ich als Plattenfirma von Künstler der Headliner ist, also der, warum wir da hingehen und der Support gleichzeitig auch noch in meiner Plattenfirma ist, dem möglichst kostenlos die Promo reinzuschießen vor Publikum zu spielen. Das heißt, immer diese Storys, die da entstehen, die immer so leicht, locker, Light-Versionen einfach wirken, wie ich Aufmerksamkeit generieren kann, sind natürlich, nach meinem Verständnis nach, sehr stark durch Kanäle geschossen oder bestückt worden von den entsprechenden Institutionen, von denen wir vorhin schon mal gehört haben und gesprochen haben und so einfach, wie es dann dargestellt wird, ist es natürlich nicht, aber wen interessiert das im Publikum eigentlich, wenn ich denen erzähle, dass ich in der gleichen Plattenfirma bin und der hat mir die Chance gegeben, weil es sinnvoll ist für die Absätze. Das interessiert den Fan ja irgendwie nicht und es ist auch keine schöne Geschichte irgendwie. Also irgendwie ist es eine Scheißgeschichte, weil irgendwie wirkt es dann total Kommerz irgendwie. Also jetzt das Gegenbeispiel vielleicht, würden Sie denn die Wurst kaufen, wenn Sie wüssten, wie die Wurst hergestellt wird und wenn nicht die schöne Bauernhof draußen auf der Packung drauf wäre? Ich kaufe diese Bärenmarkenmilch zum Beispiel auch. Ja, ich glaube auch nicht, dass dann ein Bär die Kuh milkt. Also es braucht eine Geschichte, damit man das glaubt und ich denke auch, dass man den Anfang auch immer machen kann, indem man halt nicht kommerzielle Dinge benutzt und später professionelle Hilfe hinzuzieht, um halt solche Schritte machen zu können, die Vorband irgendwo zu werden, weil das ist dann nötig, weil irgendwann möchte man sich vielleicht als Künstler ja auch konzentrieren auf das, was man wirklich will, nämlich seine Musik machen. So sieht es aus. Und dann nimmt man halt professionelle Hilfe in Anspruch und ich denke, das funktioniert auch. Die Wertschätzung verliert sich auch nicht dadurch, dass man eben seine Titel kostenlos bereitstellt, weil dieses Live-Erlebnis ist etwas anderes. Also ich kaufe mir jetzt öfter CDs, auf denen Kapellen live, ihre Live-Auftritte geben, weil es einfach mehr Spaß macht. Also auch von wirklich guten Bands, Simply Red oder Killers oder so weiter. Die erste CD war live Albert Hall, dann habe ich mir eine zweite gekauft, das Studio-Ding habe ich gleich wieder weggegeben, weil das taugte nichts. Da kam nichts rüber. Es hat keinen Spaß gemacht, sich das anzuhören. Und ich denke, dass dieses Live-Erlebnis, dabei zu sein, in so einem Crowd zu stehen, bei Fanta 4, da stehen 10.000 Leute und schreien aus dem Publikum auf die Bühne, das kriegt man von der CD nicht. Genau, ja. Und ich wäre eben da nicht hingegangen, wenn ich vielleicht mal auf einer CD das nicht auch gehört hätte. Und daher ist das sicherlich auch ein Weg, der im Moment gangbar ist, eben live zu spielen, eigene Sachen zu spielen und halt Promo zu machen, was auch immer möglich ist. Also für mich ist es auch meiner Meinung nach wirklich der entscheidende Weg. Also wenn ich als Künstler, also wenn ich Urheber bin, gleichzeitig auch Interpret und das, so wie wir es uns klassisch denken, wie so eine Band funktioniert, dann ist das für mich immer noch das entscheidende Mittel, auf eine Bühne zu gehen, weil dort, das ist für die, auch wieder dann für die möglichen Partner genau so ein Gradmesser. Ist der Künstler bereit, wirklich an jedem Kuhdorf irgendwie Halt zu machen und vor 30 Leuten genau das Gleiche, genau die gleiche Leidenschaft loszulassen, wie vielleicht vor 3.000 Leuten? Also diesen Einsatz, diese Eigeninitiative und diese Qualität, von der wir jetzt vorhin schon mal gesprochen haben, im ganzen administrativen Bereich, also Fotos, wie stelle ich mich dar, ist eine hohe Messlatte und genau das Gleiche im Live-Bereich, weil es ist heute zwar schwieriger natürlich irgendwie auch als unbekannte Band in fremden Städten unterzukommen und zu spielen, aber wenn ich das dann schaffe, das ist für eine Plattenfirma, wo ich auch mal eine Zeit lang gearbeitet habe, ein ganz entscheidender Gradmesser, also ich sehe dann als vielleicht A und R, der sich dafür interessiert, finde ich die Band ganz cool, für die Mucke cool, was machen die denn so? Also ich gucke als erstes, wie sind die denn so aktiv, was tun die denn? Und darauf schließe ich dann auch letztendlich in manchen Dingen auch einfach, wenn ich sehe, sie haben noch keine Partner, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, hey, da ist irgendeiner, der rackert sich irgendwo voll den Arsch ab für das, für die Mucke und so und dann sehe ich also, da ist eine eigene Initiative und eine Kraft aus dieser Band oder aus diesen Künstlern oder einer von mir aus auch nur, weil es sind meistens nie alle, der glaubt da an was und das ist schon ein wichtiger Gradmesser. Also diese Vorarbeit zu leisten ist, glaube ich, heutzutage deutlich schwieriger durch das Potenzial, was da ist. Also sie sagen, hey, du kannst doch alles heute so einfach selber gestalten, also du musst schon ein bisschen noch vorlegen. Ich glaube, das war früher, sage ich jetzt mal blöd, vielleicht ein bisschen einfacher sogar unter Vertrag zu kommen. Das würde ja durch die Blume gesagt heißen, dass die großen Plattenfirmen oder die großen Labels die Millionen Dollar, die du vorhin angesprochen hast, auf die Künstler abwälzt und sagt, ihr müsst erst mal gucken, dass ihr den Gegenwert von einer Million Dollar selbst in Aufmerksamkeit generiert habt und dann können wir überlegen, ob wir euch signen oder nicht. Also die, ich glaube, ich weiß nicht, das war doch, glaube ich, im ersten Vortrag oder so bei dieser Werbung, dass die Künstlerin, ich habe sie schon vergessen, wieder 500.000 Euro vorfinanzieren musste oder so gerade. Ich kann das jetzt nicht bewerten, was sie für einen Deal hatte oder was sie für ein Angebot hatte. Sicherlich ist es so, dass du recht hast irgendwo, dass eine gewisse Vorleistung gemacht werden muss vom Künstler, was normal ist, auch was du tun würdest, wenn du nicht mit einer Plattenfirma zusammenarbeiten würdest. Du würdest dich ja irgendwo darstellen, das heißt, du würdest deinen Facebook-Account pflegen und du würdest das Telefon in die Hand nehmen und Läden anrufen, um dort spielen zu können und du würdest deine Website vielleicht auch selber gestalten. Also diese eigene Initiative wäre da. Du hast aber recht, dass so ein Gegenwert da sein muss, aber im Normalfall ist es so, also wenn jetzt ein Major-Label kommt, ich sage jetzt mal Normalfall, und sagt, wir investieren in dich und wir machen eine Vorfinanzierung, wir geben dir einen Vorschuss für eine Albumproduktion, spielst du es im Normalfall, sollst du das durch die Albumverkäufe oder durch die Musikverkäufe wieder zurückspielen und gegebenenfalls natürlich auch durch Merchandise und durch Tour. Dort war das von der Künstlerin, sage ich mal, natürlich auch sehr provokativ dargestellt, was auch okay ist irgendwie. Ich kann nicht sagen, wie ihr Vertrag gewesen wäre, also ich würde nicht 500.000 Euro mitbringen und sagen, hier sind 500.000 Euro und jetzt machst du mich groß und so, würde ich nicht machen. Also würde ich dir von abraten, glaube ich. aber ich habe, ach so, okay, ja, ja, Sehr gut, ja, danke schön auch für die Aufmerksamkeit. Danke.